Aber meine Frau war so fröhlich den ganzen Tag über und als wir dann früh ins Bett gingen, da wusste ich, das muss gut werden. Sondern da fängt sie an zu weinen. Ich musste gar nicht mehr fragen, was los ist. Ich spürte daran, wie es wieder nass wurde, hier unten rum. Was war's dann? Ganz hart, er litt vor 100 Monaten raus. Dann war's auch ganz egal. Wiederhäuser. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Scherze. Trenn sie ihren Kopf vom Leib an. Ganz hart, er war's nicht losgefallen. Es war alles vorbei. Ganz hart, er litt dazu. Und der Leib lehnt sich auf. Und dann platzt sie. Und da fängt sie an. Ganz hart. Ganz hart. Statt. Ganz hart. Statt. 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 Das war's. 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 Das war's.